Unsere neue Simulationssoftware TWIN ist einer der wichtigsten Entwicklungsschritte seit unserer 20-jährigen Arbeit in der Automatisierungstechnik. Mit TWIN wird es möglich, Steuerungssoftware, bevor die reale Maschine gebaut wird, am Computer zu testen. Digital, ganzheitlich und physikalisch realistisch. Erst durch Physik basierte Simulation wird realistisches Testen möglich. TWIN bringt uns viele Vorteile. Ein von den Kosten und Zeit sparen. Änderungswünsche können wir sehr früh genug machen. Das bringt uns viele Vorteile bei der Installation. Durch den Einsatz von TWIN können wir das Risiko sehr früh in der Projektphase minimieren und haben durch diesen großen Wettbewerbsvorteil. TWIN wird angewandt ab der ersten Idee über die Konzeptphase bis zum fertigen HMI. Durch frühzeitigem Einsatz der Software funktioniert die Maschine schon vor dem Bau wie bestellt. Wenn die reale Inbetriebnahme startet, ist die Funktionalität der gesamten Maschine fertig. Alle Abläufe sind programmiert und getestet. Zusätzlich werden Stillstandszeiten bei Softwareänderungen an der realen Maschine verringert. Änderungen werden zuerst mit TWIN getestet, bevor sie auf die reale Maschine gespielt werden. Mit DigiFile haben wir schon viele Projekte gemacht und ab dem Einsatz mit TWIN ist es viel einfacher und schneller geworden. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020